Ich bin schon in der Schule. Wo bist du? Ich warte schon 20 Minuten. Na, super. Sorry für die Verspätung, ich habe gerade den Bus verpasst. Deswegen bin ich gerade jetzt auch angekommen. Robin ist sehr stolz auf seine Schule, weil er fühlt sich angenommen. Er fühlt sich auch sicher hier. Und das ist, denke ich, für ein Kind, das früher so unsicher war. Ein großes Plus im Leben. Amelie war ganz schnell wieder sehr glücklich. Sie ist ganz schnell wieder sehr gerne in die Schule gegangen. Sie war vorher in der Integration und das hat am Ende nicht mehr gut funktioniert. Da war sie nicht mehr wirklich integriert. Und hier wurde sie wirklich vom ersten Tag an in der neuen Klasse sowohl von den Kindern wie auch von den Lehrern total freundlich aufgenommen und ist wieder gerne in die Schule gegangen. Da war sie nicht mehr so gut glücklich. Und da wird sie so kontrolliert. Hier der Gartenbau, das hat mich inspiriert in die Richtung Landschaftskärten. Das war hier das Werk, das hat am meisten Spaß gemacht. Da habe ich auch so ein bisschen meinen Weg gefunden, dass ich auf jeden Fall ins Handwerk gehen möchte, nach der Schule dann. Und das habe ich ja auch geschafft. Egal wie man ist, es wird einem geholfen, wenn man mal ein kleines Problemchen hat. Das ist eigentlich wie eine Dauertherapie. Man fühlt sich nicht alleine gelassen, man kann mit jedem über alles reden. Das fand ich sehr schön. Und das hat mich auch geprägt.